Entschuldigung, könntest du mir ein bisschen Raum geben, weil ich wollte das hier mal ein bisschen sauber machen. Das ist genial, aber ich bin die Patin dieser Kabeltrommel. Kommst du nur auf die Fahne hier drauf? Ich war beim Lichterfest vor drei Jahren und wurde dann angerufen und wurde gefragt. Dann ist das hier also deine Trommel, die Faszination. Das sieht ja auch keine einfache aus, die sucht war. Ja. Und gibt das was hier, was dich irgendwie so fasziniert so richtig? Ja, das Tanzen beim Karneval. Machst du das schon länger? Ja, seitdem ich sechs bin. Das ist nicht schlecht. Und hast du so einen Lieblingstanz irgendwie? Die Show. Die Show, ja. Und dafür bist du fasziniert? Ja. Das ist schön, das ist schön. Na gut, gut, gut. Dann lass ich dir jetzt mal halb sauber hier. Du kannst also sitzen bleiben, weil das ist ja eh deine Trommel. Und wenn du nochmal fasziniert sein möchtest, dann kannst du ja auch hier mal in die Theaterschen kommen. Das ist so ein kleiner Volksspieler am Kaulenberg. Da kannst du reinkommen und da kannst du auch im Sitzen nämlich fasziniert sein. Genau wie hier. Verstehst du? Gerne. Gut. Also, mach's gut, wa? Bis bald. Tschüss. Und viel Spaß noch beim Tanzen in der Zukunft. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.